So, sorry dafür. Hier sind wir wieder. Es ist wieder ein... Ah ne, es ist ein offenes Tor. Ich bin ein großer Freund offener Tore. Och nein. Okay. Es ist ein Button. Lass mich raten, hier kann ich raus. Und dann schnell zum Button. Schnell dahin. Schnell drücken. Und weg. Und weg. Okay, okay. Wir lassen jetzt das Wasser raus. Das Wasser raus. Entschuldigung. Ah, wahrscheinlich war vorher dieses... Nee, das... Hm. Okay. Okay, daraus werde ich jetzt nicht ganz schlau. Was hat es uns gebracht, das Wasser rauszulassen? Als Fußgängerlein vielleicht? Vielleicht war das Ding da vorher zu. Ja, wahrscheinlich so etwas. Ähm. Okay, das ist so nicht gedacht. Verstehe. Wir brauchen also definitiv das U-Boot hier. Vielleicht soll man den Knopf einfach nicht drücken, aber das klingt irgendwie auch... Das klingt nicht so realistisch, um ehrlich zu sein. Ah, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich hätte einfach das U-Boot vorher an die Position bringen sollen. Ich habe immer noch so ein bisschen Angst wegen dem komischen Unterwasserwesen, das ich eben gesehen hatte. Äh. Kann mir gut vorstellen, dass das plötzlich hier um die Ecke kommt. Auch wenn es keine Ecke gibt, aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Ne, 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 bleibt drin. Bleibt drin. Es ist alles gut. Genug Mehl. Entschuldigung. Äh, ja. Wegsprengern. Wie bin ich letztes Mal überhaupt hier durch? Holy shit. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist das für ein Vieh? Hölle ist das für ein Leben. Ich kann das Ding blenden. Ah. Okay, jetzt ist hier irgendwie nix. Ähm. Sackgasse. Hallo. Ah, ich weiß wo. Nein, das Licht, das Licht ist ausgefallen. Okay, wenn ich dagegen crashe, fällt kurz das Licht aus. Okay. Okay, priori. Okay. Okay, es scheint nicht wirklich möglich zu sein, das Ding zu blenden, während man dagegen stößt. Also, anders gesagt, das erste Mal, dass man gegen die Decke stößt, muss eigentlich schon das Holz zerstört werden. Okay. Ja. Also, nicht so wirklich, was ich wollte. Nein, nein, was mache ich denn? Oh Gott, was bin ich denn für ein dummes Stück Scheiße? Okay, ähm, das hätte leicht besser sein können. Möglicherweise. Ach, verdammt. Okay, warte. Muss es jetzt von Anfang an richtig haben. Okay, das geht also gar nicht. Vielleicht, wenn ich ganz oben bin. Huh. hope you're going to be, point in the middle of the cube. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ja. Ich bin ja. Und dem, Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Das ist ja. Ich bin ja. Entferd. Ich bin ja. Ich bin ja. Und bin ja. Ich bin ja. Und bin ja. Ich bin ja. Warte mal. Ah. Ah. Nee, warte mal. Ergibt das Sinn? Es tut auf jeden Fall weh. Okay. Okay. Gut. Damit wäre das Rätsel gelöst, schätze ich. Und es wirkt so, als wäre das auch schon das Ende unseres kleinen Unterwasser-Abenteuers, oder? Das sieht aus, als wäre das mal ein natürlicher Strand gewesen. Und dann hätte man irgendwie, keine Ahnung, die Stadt oder riesige Straßen oder was auch immer da drüber gebaut, sodass überhaupt keine Sonne mehr durchscheint. Und von dem natürlichen Strand und dem natürlichen See einfach nichts übrig bleibt. Dann auch mal. Okay, da ist ein Typ. Das Leuchten da hinten kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Okay, das geht nicht. U, was heißt U? 19. Okay, das ist der Aufzug. Beziehungsweise damit aktiviere ich anscheinend. Unter anderem den Aufzug. Ich hätte auch hoch machen können. Ich habe keine Ahnung, wohin runter mich führt und ob hoch vielleicht besser gewesen wäre. Ob hoch überhaupt funktioniert hätte. Okay, warte. Es gibt hier zwei Ebenen. Ich merke es schon. Eine Leiter gibt es auch noch. Aber wenn ich jetzt hier runter falle, dann ist der Aufzug nicht unten. Und das bedeutet, dann kann ich nicht mehr hoch. Richtig? Sieht so aus. Also sollte ich erst mal mit dem Aufzug runter. Aber ich glaube, der Aufzug fährt auch automatisch hoch. Kann das sein? Ja. Tut er. Und meine Aufgabe hat jetzt bestimmt irgendwas damit zu tun, dass ich diese Leute da hochkriegen muss. Oder es hat ein... Es gibt einfach gar kein Rätsel. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vielleicht ist das hier jetzt aber auch nur ein Rückweg in den Raum und es gibt doch ein Rätsel. Vielleicht gibt es sogar Brezel. Brezel mit Rätsel sind die besten... Äh, Brezel. Und Rätsel. Ja, ja, genau. Und jetzt muss ich... Okay. Ah! Okay, sie folgen mir. Ich kann mich greifen und mich hochwerfen. Okay. Und jetzt kann ich doch mit dem Aufzug die praktisch zu mir. Äh, warte, wenn sie jetzt loslaufen... Wenn sie jetzt weiterlaufen, sind sie tot. Müsste also irgendwie hinkriegen, dass sie irgendwas festhalten. Oder dass sie sich... Keine Ahnung. Irgendwas müssen sie festhalten. Weil sonst fallen die jetzt einfach alle in ihren Tod und das war's. Oder? Oder ist das okay? Haltet ihr an? Ah, ihr haltet an. Okay. Irgendwie schon scary, diese Typen. Ich verstehe gerade leider auch gar nicht, was ich mit denen tun soll. Hm. Hier irgendwas? Nee, es ist definitiv was mit dem Aufzug. Ähm. Ah, ja klar. Ach man. Ihr müsst mich natürlich erst hochwerfen, ihr Idioten. Ihr Noobs. Ihr Vollidioten. Wieso kommt ihr da nicht drauf? So. Dankeschön. Und jetzt vergammelt doch da unten. Nein, Quatsch. So, kommt's da hoch. Lull. Das kann natürlich auch, es kann natürlich auch irgendwas hiermit zu tun haben. Ich mein, die kommen ja mit mir. Die kommen ja ziemlich weit mit mir wahrscheinlich sogar. Ich hab hier in die Richtung auch noch gar nicht geguckt. Vielleicht ist da... Ja. Offenbar muss ich ja da dran. Beziehungsweise... Wah, shit. Äh, mit ihrer Hilfe komm ich jetzt da dran. Ob ich das muss, weiß ich nicht. Wir werden das erleben. Hm. Oh, okay. Aber das macht alles keinen Sinn. Also gut, ich kann jetzt hier runter. Ich werde gefangen. Aber das hat mich ja nicht irgendwie weitergeführt. Äh, da hoch wiederum. Ah, ihr könnt... Ah! Ah! Okay, ich weiß, was ich machen muss. So, stellen wir das da kurz hin. Und dann helfen Sie mir bitte mal kurz diese Leiter hoch. Dankeschön, liebe... Wah, Flünde! Freunde, Freunde, ihr müsst mich doch... Da, da müsst ihr mich hochheben. Lull. So, Dankeschön. Runter, rein da und ihr schiebt das Ding. Automatisch, weil er versucht, zu mir zu kommen. Und ich schätze, wenn ich zu lange drin warte... Ah, nee. Es eckt dann einfach an. Okay. Boah, ich hab grad so ne Angst, dass dieses Unterwasservieh plötzlich wieder auftaucht. Einfach so aus dem Wasser springt oder sowas. Oh? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Wohin soll ich? Soll ich was da drunter bringen? Soll ich was da drunter bringen? Ah! Hallo. Tut mir leid, dass ich euch wecken muss. Äh, ich brauch grad eure Hilfe, aber ich weiß nicht, wobei. Hey, um ehrlich zu sein. Okay, die Wand sollen wir offenbar nicht wegschieben. Lull. Geht's da dran vorbei? Geht's da dran vorbei? Hm. Okay, wir sind jetzt mehr Leute als vorher. Erinnert mich übrigens, also generell das gesamte Spiel erinnert mich ein bisschen an Apes Exodus. Mit den Mudaken, die man dort befreit. Vielleicht sollen wir jetzt mit den ganzen Leuten hier hoch. Okay, wir sind ganz viele Leute. Wir sind ganz oben. Und was es hier gibt, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin Leute, ciao!